Was ist mit mir passiert? Das Zeug heißt Blitz. Gehört alles Ihnen. Berlin. Zum Preis seines Versprechens. Wo ist der Hafen? Ist erst der Anfang. Uns geht es nicht ums Geld. Es geht um höhere Werte. Was seid ihr Typen? Sekt oder was? Es hat begonnen. Wir haben sehr gute Neuigkeiten. Wir waren in der Lage, Korbzellen in eurer Berges Blut nachzuweisen. Vertrau hier keinem. Die schwarzen Augen. Alles aus dem Bericht entfernt. Ich suche nach einigen vermissen Kids. Jemand benutzt Blitz zur Gedankenkontrolle. Da hätten wir also einen mysteriösen Milliardär, der in einer besseren Zukunft bastelt? Willst du wissen, wer du wirklich bist? Spice. 5. März, 20.15 Uhr auf Sci-Fi.